Ich habe mal immer den lustigen Spruch gehört, nur davon die Tagesschau abends anzuschreien, davon ändert sich die Welt nicht. FDP sind ja alles BWL-Justusse und die wollen hier schön am Aktienmarkt zocken. Oder halt Juristen. Oder Juristen, noch schlimmer. Wir müssen dafür sorgen, dass eben jeder den Handyvertrag und jeder die Versicherung verstehen kann und was eigentlich Aktien sind. Das ist, glaube ich, ein Anliegen, wo wir gut daran tun, das jetzt auch weiterzuführen. Lieber Leon, lieber Robert, erst mal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute hier seid, dass wir heute ein bisschen miteinander diskutieren können, das politisch heute wird. Vielleicht zwei, drei Sätze zu euch. Lieber Leon, du bist seit 2013 politisch aktiv, bist Kreisvorsitzender der FDP in Bochum und Ratsmitglied in Bochum. Du, lieber Robert, bist seit 2018 politisch aktiv, bist Vorsitzender der Julis. Und ja, ihr seid beide im Studium noch. Du bist gerade im Masterstudium für Politikmanagement und du studierst Jura. Ganz genau. Super, dann habe ich die allererste, schnelle, kurze Frage so zum Einstieg. Wie ist euer Gefühl dazu, was unsere Generation angeht? Wie sieht da so das politische Engagement aus? Sind da viele junge Menschen aktiv? Ich würde ganz pauschal erst mal sagen, ja. Ja, also lange Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin, galt unsere Generation als tendenziell politikverdrossen oder zumindest am Alltagsgeschehen nicht so besonders interessiert. Viele Jugendbewegungen haben das auch geändert. Ich kann da halt als großes Beispiel jetzt auch Fridays for Future nennen. Und egal, in welche Farbrichtung das parteipolitisch geht oder in welche Denkrichtung das geht, ich glaube, wir sind wieder eine sehr, sehr politische Generation. Und solange sich alles auf dem Boden der Verfassung bewegt, ist das in jedwede Richtung auch gut so. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, wenn man über das Politikinteresse der Jugend spricht, das auf ein Thema zu verengen. Also Fridays for Future ist ein super Beispiel dafür, wie schnell auch so eine Dynamik entstehen kann, wenn junge Menschen zusammenkommen und sich einem Ziel verschreiben und dafür dann auch wirklich viel tun. Und gleichzeitig weiß man aber eben auch, gibt es auch Jugendliche, die sich vielleicht für andere Themen besonders interessieren. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass die Grünen und die FDP jeweils sehr, sehr stark von jungen Menschen gewählt worden sind. Und da wurden ja auch unterschiedliche Angebote gemacht. Und das zeigt eben auch, dass die Motivation vielleicht, sich politisch einzubringen oder auch politisches Interesse zu haben, andere sind. Ich habe am letzten Donnerstag eine Veranstaltung besucht, da ging es um eine Jugendbefragung. Und da ist mir etwas aufgefallen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn man über Politik und Jugend spricht, nämlich, dass in Bochum sich nur 47 Prozent der jungen Menschen ernst genommen fühlen von der Politik. Das ist jetzt die Frage, wie repräsentativ so eine Befragung ist. Aber das zeigt, glaube ich, dass das ein Auftrag auch ist, an die Politik Dinge besser zu erklären und auch zuzuhören, wenn junge Menschen Dinge artikulieren. Ja, ist ja ganz interessant, dass so mal anhand deiner Zahl, wie genau sie dann auch eben sein mag. Aber was würdet ihr denn sagen? Also auf der einen Seite hast du gerade gesagt, allgemein ist das politische Interesse aus deiner Wahrnehmung wieder mehr geworden. Trotzdem fühlen sich viele da irgendwie nicht abgeholt. Die, die aktiv sind, was würdet ihr denn da sagen? Also diese Zunahme, woher kommt es? Was ist da so das Motiv? Ich glaube, das hängt tatsächlich zwischen den beiden Statements von euch irgendwo zusammen. Ich würde da schon einen Kausalzusammenhang sehen, weil ich glaube, das politische Interesse unserer Generation ist gerade dadurch geweckt worden, dass man mit Regierungen, ob jetzt im Land oder Bund, die lange Zeit geschaltet und gewaltet haben, eben nicht zufrieden war. Und dann kam dementsprechend, glaube ich, Engagement aus unserer Generation in zivilgesellschaftlicher Form. Und das ist ja kein Gegensatz, sich von der Politik nicht ernst genommen oder mitgenommen zu fühlen und sich selber zu engagieren. Sondern ganz im Gegenteil, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, ist das der vielleicht nicht leichteste, aber konstruktiveste Weg, irgendwas zu verändern in diesem Land. Weil ich habe mal immer den lustigen Spruch gehört, nur davon die Tagesschau abends anzuschreien, davon ändert sich die Welt nicht. Und wenn man in irgendeiner Organisation oder auch ganz für sich selbst individuell irgendeinen kleinen Beitrag leisten kann, ist das doch deutlich produktiver. Denke ich auch. Also am Ende des Tages müssen wir ja auch sehen, dass die sozialen Medien immerhin jetzt auch stärker von der Politik genutzt werden. Ja auch Menschen, die eben nicht als Digital Natives aufgewachsen sind, die dann vielleicht ein gutes Team hinter sich haben und auch so zeigen können, Okay, schaut mal, das, was wir hier machen, ist jetzt nicht nur immer trocken irgendwo sitzen und irgendwelche Arbeitspapiere durchgehen, sondern Politik lebt und atmet. Und da kann man eben auch als junger Mensch sich einbringen, muss man sogar, damit eben auch die Interessen von der jungen Generation berücksichtigt werden. Wenn wir uns die Demografie anschauen, wissen wir ja, welche Wählergruppe die größte ist und perspektivisch die größte sein wird. Und da muss die Jugend sich auch organisieren und einbringen, damit man eben gehört wird. Ja, ich nehme mal das Stichwort Demografie auf und würde das mal in einen Themenbereich gerne lenken, der natürlich viel in meinem Alltag präsent ist. Das Thema nämlich Altersvorsorge. Rente, da ist uns eigentlich ja schon seit 20, 25, 30 Jahren klar, worauf wir dazu steuern. Nur es war dann immer so ein bisschen unterm Tisch oder unterm Teppich gekehrt. Kurzfristige Handlungen, die da vielleicht durchgeführt wurden und eben auch nicht so richtig ehrlich über das, was passiert, was jetzt gerade anfängt zu passieren oder beziehungsweise Realität zu werden. Ich habe das Gefühl, dass das auch ähnlich wie das Interesse an Politik gerade sich komplett verändert. Also es ist jetzt allen spätestens klar geworden, irgendwie gefühlt in den letzten Monaten, was da passiert rentenpolitisch, rententechnisch. Woran liegt das? Also habt ihr da eine Idee, woher plötzlich diese Erkenntnis kommt, dass es so präsent ist und so auch diskutiert wird? Wir müssen da ja so ein Grundproblem uns einmal anschauen, was es in der Politik gibt, nämlich, dass vielfach nur in Legislaturperioden gedacht wird. Also man ist irgendwie für vier Jahre gewählt im Bund oder im Land eben für fünf und schaut dann, was schaffe ich jetzt in den vier Jahren? Welche Ziele gebe ich aus? Und wenn ich Ziele für nach dieser Zeit definiere, weiß ich, es kommt irgendeine Nachfolgeregierung und die macht dann vielleicht wieder was total anderes. Und wenn ich mir den Bereich Rente anschaue, dann war das ja in vielen Wahlkämpfen so, dass man mit Rentengeschenken geworben hat. Wohlwissend, dass, wenn man das so umsetzt, dass das nicht dazu beiträgt, das Gesamtsystem langfristig tragfähig zu machen. Ich habe das auch in der Vergangenheit schon mal gerne mit einer Buckelpiste verglichen. Jeder kennt ja diese Straßen, wo dann immer mal wieder so jemand vorbeikommt, ein bisschen Teer draufschüttet. Oh, das kenne ich. Das ist so bei uns vom Haus. Genau. Willkommen in Bochum. Und das war ja das Rentensystem. Da wurde immer mal ein bisschen draufgeschüttet und dann wurde die Straße halt auch nicht besser. Und irgendwann hat man so einen großen Sanierungsstau, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Und man muss, glaube ich, langfristig denken bei so einer langfristig zu denkenden Frage wie der Rente. Ja, vielleicht hat sich es auch deswegen in der Zivilbevölkerung geändert, weil wir das erste Mal seit langem eine Bundesregierung haben, die zumindest in großen Teilen das Problem politisch anerkennt. Also es wurde oft weggeschwiegen in dem Sinne, dass man Wahlversprechungen gemacht hat, wo eigentlich klar war, dass das finanziell, haushaltspolitisch nicht machbar ist. Die gesetzliche Rente wird vermutlich für die meisten nicht den Lebensbedarf im Alter abdecken können. Und das ist eine Aussage, die von der Politik lange nicht getroffen wurde. Jetzt langsam dringt es durch und das ist auch gut so. Ja, klare Worte, klare Kante endlich mal. Das ist natürlich schon mal ein Fortschritt. Hilft natürlich ganz vielen nur bedingt. Aber zumindest ist die Erkenntnis schon mal da. Wir haben jetzt schon mal so als ein Teil vielleicht einer Lösung, du hast es angesprochen, Aktienrente. Die soll jetzt ein Teil dieser Problematik abfedern. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz die Grundidee der Aktienrente nochmal skizzieren, damit auch natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da im Boot sind? Die Grundidee, die dahinter steckt, ist eben, dass man am Aktienmarkt eben die Chancen, die darin bestehen, langfristig auch zu investieren und Renditen zu erwirtschaften, Geld reingibt und dann langfristig damit entweder das Rentensystem ergänzt oder darin komplett aufgehen lässt. Es gibt ja beispielsweise in Schweden und Norwegen, in Norwegen wird ja das Geld aus dem Ölhandel da reingesteckt und damit ist quasi jeder Norweger in Kronen ja Millionär, wenn man das Kapital sich anschaut, was da jetzt angewachsen ist, obwohl, und damit kommen ja dann die Kritiker um die Ecke, zuletzt ja hohe Verluste gemacht wurden. Aber wenn man sich das natürlich über den langfristigen Verlauf anschaut, wurden da trotzdem hohe Gewinne erzielt. Das haben die Norweger ja schon vor, kann jetzt keine genaue Zahl sein, aber 20 Jahre plus minus erkannt, dass eben damals herauszultierend ja daraus, dass man gesagt hat, diese Ölvorkommen sind endlich und man hat sich frühzeitig Gedanken gemacht. Das finde ich nochmal bemerkenswert, auch weil wir da häufig ja darüber diskutieren, das ist ja nichts, was andere Länder genauso tun oder getan haben, sondern die haben frühzeitig die Weichen gestellt. Stichwort Nachhaltigkeit. Also gerade wenn man ja lustigerweise Öl nimmt, was ja nun nichts Nachhaltiges ist, daraus aber etwas Nachhaltiges zu machen und zu wissen, okay, wir müssen ja unser Land irgendwann transformieren und wir müssen für die Rente vorsorgen. Da können wir das Geld für nutzen und wirklich mit etwas nicht Nachhaltigem nachhaltig arbeiten. Das ist so ein schöner Gedanke und deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut zur liberalen DNA, so einen Gedanken aufzugreifen. Natürlich, in Zeiten einer Wirtschaftskrise, wir leben auch gerade in unsicheren Zeiten, ist das immer mit Risiko behaftet, aber zwei Gründe, warum das, ich sag mal, dass unsere Rente wird verzockt, Argument eben nicht zählen kann, auch in Deutschland nicht, ist A. Ja, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, man packt das ganze Geld, so wie man sich das so vorstellt, irgendwo hin und lässt es da liegen. Wir sind gerade in einer Hyperinflation, es wird schon ganz von alleine weniger. Also ohne, dass wir irgendwie dazu beitragen und das am Kapitalmarkt anlegen, wird es ganz von alleine weniger. Und darüber hinaus muss man Folgendes beachten, ich vertraue lieber in dieser Frage dem Markt mit einer Schwarmintelligenz von Akteuren als wenigen politischen Entscheidungsträgern, die die Verfügungsgewalt dann über meine Altersabsicherung haben. Also ich finde, das Argument mit dem Verzocken läuft definitiv ins Leere und wir sollten ein bisschen optimistischer sein, was das angeht. Ja, würde ich direkt noch darauf Bezug nehmen, weil Robert das so schön gesagt hat, das nennen wir jetzt Generationenkapital, um es vielleicht auch besser zu erklären, haben wir auch am Anfang gesagt, wir müssen Politik insgesamt besser erklären. Das soll also ein Kapital sein, was für künftige Generationen dann eben auch die Rente stabilisiert. Hier bei uns wird es ja jetzt so gemacht, dass wir da Schulden finanziert, 10 Milliarden erstmal reinstecken, was natürlich auf keinen Fall ausreichen wird, um die Effekte zu erzielen, die wir haben wollen. Deswegen muss man das ja langfristig auch tun. Finanzminister Lindner hat ja auch gesagt, dass da langfristig ein dreistelliger Milliardenbetrag drin sein soll. Aber es ist schon mal ein Unterschied, wenn wir jetzt sagen, in Norwegen nimmt man die Einnahmen aus dem Ölgeschäft, bei uns macht man quasi Schulden, weil man aber weiß, dass eben da auf jeden Fall oder auf jeden Fall Renditen erzielt werden, dass sich das dann rechnet und man dann trotzdem noch entsprechende Renditen hat, die dann das Gewinn bringen, machen. Aber das ist ja schon mal ein zentraler Unterschied. Plus die Höhe ist natürlich ein Unterschied. Und dieser Vorwurf des Verzockens kommt eben vom politischen Gegner, um das zu framen. Na klar, die FDP ist in der Regierung. FDP sind ja alles BWL-Justusse und die wollen hier schön am Aktienmarkt zocken. Oder halt Juristen. Oder Juristen, noch schlimmer. Und die nehmen dann unser Steuergeld oder unsere Rente und legen die dann in irgendwelche risikobehafteten Produkte an, wo am Ende nur der große Finanzhai gewinnt. Und das sind ja Bilder, die da erzeugt werden. Man will sich dann gar nicht ernsthaft damit beschäftigen, wie man die Rente nachhaltig aufstellen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch zum Beispiel heute darüber sprechen, was eigentlich für Chancen in der Aktienrente stecken. Und das hat wirklich nichts mit Verzocken zu tun. Und jeder, der das behauptet, hat entweder keine Ahnung oder will es eben böswillig verhindern. Du hast gerade schon so ein paar Zahlen genannt. Wie viel fließt da jetzt gerade rein? Ist das jetzt ein, also ich nenne es jetzt mal ein großer Wurf, ist das jetzt irgendwie so ein kleiner Stein, der ins Wasser fällt? Wie ist eure Haltung dazu? Reicht das aus? Muss das mehr werden? Ich würde sagen, von den beiden Bildern, die du gerade gezeichnet hast, ist es ein Mittelding. 10 Milliarden reichen nicht aus und wir haben Schwierigkeiten in der Kompromissfindung mit auch anderen Parteien in dieser Regierung, die das ein bisschen restriktiver handhaben wollen. Zu weit gehört auch, dass das Generationenkapital eine Säule ist. Man kann sich nicht uneingeschränkt auf den Staat verlassen, wenn man im Alter abgesichert sein möchte. Und ich bin jetzt 22 Jahre alt, bin Student, ich habe auch nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, aber ich versuche, so gut es geht, heute schon an morgen zu denken und eben auch für mich selber vorzusorgen. War dann der kleine Werbeblock jetzt für mich sozusagen? Ja, da habe ich dir den Ball zugespielt. Gerne. Einfach um das nochmal darzustellen, weil du vorhin über das politische Engagement von jungen Menschen gesprochen hast. Wir haben an Ostern zuletzt im letzten Jahr eine Aktion gemacht unter dem Stichwort heute schon an morgen denken und da durfte der liebe Robert als Weihnachtsmann verkleidet Dinge verteilen, wo wir dann eben die Botschaft gesendet haben, heute schon an morgen denken. Also an Ostern denken wir an Weihnachten und wir wollen eben auch schon an morgen denken, was die Rente angeht. Und das kam ganz gut an bei den Leuten. Das kam tatsächlich ganz gut an. Die Message war erklärungsbedürftig. Ob das jetzt die Rente rettet, weiß ich nicht, aber es war ein nettes Bild in der Tat. Es hat sensibilisiert. Es war immerhin ein gutes Signal und ein starkes Signal. Und hat Spaß gemacht. Ich würde nochmal gerne auf das Stichwort verzockt. Es ging ja nochmal um die Aktienrente und dass daraus natürlich auch auf der einen Seite politisches Material gemacht wird. Das ist das eine. Das andere ist ja, dass da real auch ängstlich, und das kann ich ja aus meinem Beratungsalltag ja auch an der Stelle darstellen, dass es dort eben Ängste gibt, Vorbehalte. Da gab es noch nie Berührung. Es gibt ja so viele Menschen, die damit keine Berührung hatten, noch nie Geld investiert haben, wie auch immer. Und dass daraus Ängste entstehen, weil das Thema Finanzbildung, Finanzwissen in der Schule nicht stattfindet. Da wird nicht über Versicherungen, über Finanzen, über solche Dinge wie die Rente gesprochen, über die Märkte, über das Investieren. Wäre die Angst weniger, wenn in der Schule mehr darüber gesprochen wird? Ja, würde ich definitiv sagen, dass weniger Ängste vorherrschen würden. Also ich glaube, natürlich ist es auch die Verantwortung, jedes einzelnen Menschen sich darüber zu informieren. Aber die Politik kann definitiv mehr tun. Je früher, desto besser. Ich habe nichts dagegen, dass Gedichte im Schulunterricht analysiert werden. Um Gottes Willen soll man gerne tun. Allerdings, wir bedienen uns dieses Bildes immer gerne, weil es gut passt. Es kann nicht sein, dass man mit dem höchsten schulischen Bildungsabschluss, mit der allgemeinen Hochschulreife, die Schule verlässt im Zweifelsfall oder auch einem anders gearteten Abschluss. Und überhaupt keine Ahnung darüber hat, wie man beispielsweise eine Steuererklärung schreibt oder sich um seine Altersvorsorge kümmert. Und das sind Themen, die einem zwangsläufig begegnen werden im Leben. Da führt kein Weg dran vorbei. Am Gedicht eventuell schon. Und insofern sollte im Schulunterricht Raum dafür sein. Wir haben als Freie Demokraten in der Landesregierung, in der letzten Legislaturperiode hier in NRW, versucht, einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen. Mit dem Schulfach Wirtschaft, Politik. Das ist aber hochpolitisiert und es ist jetzt zumindest unklar, wie das unter Schwarz-Grün hier weitergeht. Allerdings, ich bin der Meinung, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Je früher man anfängt, desto besser ist der Zugang, desto einfacher ist der Zugang. Und ich denke, da würden auch sehr viele Ängste genommen werden, weil es ein Thema ist mit einer geringen Einstiegshürde eigentlich. Und vor allen Dingen, großer, wichtiger Punkt, es wäre sehr hilfreich, wenn der politische Wettbewerber an der einen oder anderen Stelle weniger böswillig über gewisse Geschäfte, über gewisse Investitionspraktiken oder eben Beraterinnen und Berater sprechen würde, die sich da einbringen, das zu ihrer Lebensaufgabe machen, andere dabei zu unterstützen. Das ist ein ehrwürdiges Gewerbe und auch da kann die Politik mehr unterstützen, sich vielleicht zu informieren, anstatt Gerüchte zu unterfüttern. Wenn ich das noch ergänzen kann, uns als Freien Demokraten ist halt Bildung sehr, sehr wichtig. Wir sagen ja immer, Bildung ist eben der Schlüssel dazu, dass jeder aus sich etwas machen kann. Und daran sieht man ja, Robert hat es ja gerade gesagt, dass wir das auf Landesebene schon mal aufgenommen haben im Bereich Schulfach Wirtschaft, Politik. Jetzt stellen wir ja aktuell die Bundesbildungsministerin und den Finanzminister. Und diese Schnittstelle zu nutzen, ist ja einfach sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen hat Frau Stark-Watzinger zusammen mit Christian Lindner auch eine Initiative vorgestellt, dass man eben finanzielle Bildung auch in Zusammenarbeit mit der OECD, da gibt es ja dann auch immer Rankings, stärkt. Dafür wurde auch Geld zur Verfügung gestellt. Aber grundsätzlich zu sagen, ja, wir müssen da jetzt etwas machen, wir müssen dafür sorgen, dass eben jeder den Handyvertrag und jeder die Versicherung verstehen kann und was eigentlich Aktien sind, das ist, glaube ich, ein Anliegen, wo wir gut daran tun, das jetzt auch weiterzuführen. Es ist ja auch immer eine Frage der Opportunität. Also wenn ich dieses Geld nicht in Bildung investiere, was kostet das dann am Ende des Tages eben an Millionen, Milliarden auf anderer Ebene. Also dass man sagt, das Thema Bildung ist da im Prinzip das Elementare dann auch an der Stelle, gerade dann auch im Finanzbereich. Ich würde, weil es dann auch um Haushaltspolitik ging, vielleicht mal so ein bisschen die Brücke schlagen und komme auch noch mal zum Anfang zurück. Wir haben ja festgestellt, dass der Generationenvertrag der Rente nicht mehr funktioniert, nicht mehr einzuhalten ist. Die Rente ist ja nun mal ein großer, großer Teil des Haushaltes. Da muss man ja auch mal kurz drüber sprechen. Noch mal diese gigantische Zahl von 100 Milliarden Steuergeld, die zusätzlich ins Rentensystem geschoben wird, vielleicht mal erwähnen. Wir haben es jetzt gerade vor wenigen Tagen, Wochen erlebt, die Pflegereform. Also da werden ja auch wir Junge wieder zur Kasse gebeten, die Beiträge steigen, die Beitragssätze steigen um das Thema Pflege. Das ist ja das, was nach der Rente dann quasi noch on top kommt. Wie empfindet ihr das? Ist das fair, was da gerade passiert, unter dem Stichwort auch Generationengerechtigkeit? Nein, natürlich muss man in der Realität denken. Wir können natürlich jetzt nicht auf einer grünen Wiese neu anfangen, auch wenn das schön wäre und sicherlich viele Probleme dadurch dann gelöst werden könnten. Aber wir haben 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung hinter uns. Und wenn man fair ist, waren wir ja auch in vier Jahren daran beteiligt. Keine Regierung hat langfristig gedacht, dass vielleicht gerade durch die große Babyboomer-Generation, die irgendwann dann auch mal pflegebedürftig werden wird, und auch heute werden ja schon immer mehr Leute pflegebedürftig, dass man da bessere Vorsorge für treffen muss. Naja, eine Sache ist klar. Populistische Politik bedient das demografisch größte Wählerklientel. Und das ist in Deutschland eben im Moment nicht die junge Generation. Aber gute Politik macht generationengerechte Politik. Und ich habe gerade eingangs gesagt, dass unsere Generation sehr politisch, sehr engagiert ist. Und Nachhaltigkeit steht ja tendenziell auch hoch im Kurs. Nachhaltigkeit ist aber ein zweischneidiges Schwert. Und das gilt eben nicht nur beim Klima, sondern auch beim Haushalt. Wenn wir sagen, wir können nicht unseren Wohlstand von heute zu Lasten der Generation von morgen erwirtschaften. Und da muss natürlich auch Haushaltsdisziplin ran. Das bedeutet, dass man im Zweifelsfall auch für sich selber vorsorgen muss. Es muss eben priorisiert werden. Ich finde es absolut legitim zu sagen, wir können nicht Leute damit einfach im Stich lassen, wenn sie jetzt gerade einen Angehörigen pflegen. Das wäre ja auch unsozial. Richtig ist aber eben auch, was Robert sagt, wir müssen insgesamt dahin kommen, langfristig zu denken, selber auch vorzusorgen. Dazu gehört natürlich auch der ganze Bereich, für den wir heute keine Zeit mehr haben werden. Aber Fachkräfteeinwanderung, es gibt ja jetzt endlich das Einwanderungsgesetz nach Punktesystem, wo wir ja auch erst mal Pflegekräfte nach Deutschland bekommen müssen. Auch ein Thema, was viel zu lange, und da kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, vor allem von der CDU verhindert worden ist und der CSU, weil wir diese Pflegekräfte einfach nicht haben. Und dass wir das jetzt hinbekommen, in Kombination damit, dass man sich dann auch Gedanken macht, wie wollen wir Pflege ausgestalten und finanzieren, das ist schon mal ein richtiger und wichtiger Schritt. Mir hat es bis hierhin super viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand es total erfrischend, auch zu erleben, wie klar ihr da in der Kommunikation seid, auch was das Thema Offenheit angeht, all das, was eben so in der Vergangenheit häufig mit Politik eben nicht in Verbindung gebracht wurde. Und das macht mir sehr, sehr viel Mut. Da wünsche ich mir, dass das viel, viel mehr wird und in Zukunft eben auch Normalität wird in der Politik. Und dann wäre meine abschließende Frage in eure Richtung tatsächlich jetzt, was würdet ihr euch wünschen in Zukunft? Politische Wünsche in der Sache habe ich viele, aber als junger Mensch, der sich jetzt auch schon seit einiger Zeit engagiert, ist eigentlich mein größter Wunsch, Mitstreiter zu gewinnen. Nicht unbedingt für meine Farbe, aber ganz im Allgemeinen. Wir leben in einer Demokratie. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass jeder Einzelne seine Ideen einbringt. Und schaut euch die Programme der Parteien an, mischt euch ein, seid laut und wir freuen uns natürlich persönlich auch darüber, wenn ihr euch hier in Bochum oder auch andererorts für die FDP oder für die Jungliberalen begeistern könnt. Das ist ja klar. Gibt es noch eine Ergänzung von dir? Nö, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das hat Robert ganz gut dargestellt. Meckern bringt nichts. Einbringen hingegen schon und bei uns natürlich sehr gerne. Ja, ich würde eine Sache dann noch ergänzen. Wenn natürlich jetzt andere Menschen sich von, oder andere junge Menschen von anderen Parteien sich aufgerufen fühlen, hier vielleicht mal in den Diskurs zu gehen, miteinander zu diskutieren, dann natürlich herzlich gerne. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Zeit. Hat mir riesig Spaß gemacht. Lieber Leon. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Vielen Dank.